Hallo ihr Lieben, heute kommt ihr für euch Bamba Burger Spiel. Hallo ihr Lieben, wir drehen heute wieder ein Let's Play für euch. Und wie Eva gesagt hat, spielen wir heute Bamba Burger. Das ist ein App auf dem iPad und ich mache das jetzt mal auf. Willkommen bei unserem Kanal Geschichten und Spielzeug. Bamba! Bamba! Und jetzt müssen wir erst mal gucken. Weißt du, wie das geht? Ich bin in sowas immer relativ hilflos und die Ava, die leitet uns jetzt hier durch das App durch. Was müssen wir denn hier machen? Erzähl erst mal. Einen Hamburger machen. Einen Hamburger? Dann nimm auch ein Hamburger Brötchen. Hier sind ganz viele Brotarten, die kosten Geld. Das App an sich war, glaube ich, umsonst. Oh, echt? Einen Rat? Einen Rat willst du machen? Ach du meine Güte, das wäre ein interessanter Burger. Also wir haben hier nichts extra dazu gekauft. Wir spielen die Version, die umsonst ist. Zumindest als wir die runtergeladen haben, war so umsonst. Cool. Und jetzt musst du den schütteln? Ja. Schütteln. Und? Fertig? Ja. Und jetzt machen wir noch was. Ähm, Ewa, bist du sicher? Und für wen ist der Burger? Für mich. Für mich? Ich soll den Burger dann essen. Was soll denn das? Ein iPad? Hä? Oktopus? Äh, äh, äh. Chili-Puder? Toilettenpuppi. Mh, äh, äh. Yum, 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 yum. Das sieht ja köstlich aus. Richtig, Mann. Einhorn, Einhorn. Oh, na, das sieht zumindest jetzt lecker aus. Spinnensaft. Können wir ein bisschen Spinnensaft dazugeben? Mh. Und Kuhsaft? Ja. Cola. Cola. Und den Rest Einhorn. Und den Rest Einhorn-Saft, okay. Oh, wie cool. Fummels. Ich nehme Gita-Fummels. Die Wedges heißen die, okay. Hey. Mh, ich liebe Wedges. Hab in die Sputöse damit, jawohl. Aber die machst du mir jetzt bitte lecker. Die mache ich ganz salzig. Ganz salzig? Kein Wunder, dass du bei uns zu Hause nicht kochen darfst. Jawohl. Das sieht aus wie... Spielsachen. Ja. Neun Euro. Neun Euro? Das musst du jetzt umschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier einen schlechten Deal gemacht habe. Schwupp. Mh. Zack. Tsch-ching. 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 Mh. Und schon leer? Ja. Das macht ja interessante Geräusche. Darf ich mal? Guck. Ach so, muss man das nach zur Seite ziehen. Mh. Ding, 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 ding. Alles fertig? Ne, da ist noch drin. Oh. Werbung. Genau. Die müsst ihr dann wegklicken. Haus fertig. Alles leer. Und wieder ab nach Hause. Jetzt mache ich einen süßen Burger. Einen süßen Burger, ja? Und dann mache ich einen kurzen Burger. Okay. Na dann, lass uns mal gucken. Was man da wohl alle nehmen kann? Zeig uns mal. Auch so? Nee, nee, ich will auch gucken. Ist das ein Brownie? Nein, das ist ein Brick. Ah, ein Brick. Oh, also ein Stein. Nee. Kappa, was soll das denn? Das ist ja ein vergammelter Burger. Hey. Hey. Oh, du. Hihihihi. Du findest das auch noch witzig. Wenn du könntest, würdest du mir sowas auch in echt kochen, oder? Ja. Ich glaube, du musst dein iPad schütteln. Ja, noch. Da ist sogar noch ein drin. Da ist noch ein Käfer drin. Käfer schmecken auch echt lecker, Eva. In manchen Kulturen werden die wirklich gegessen. Soll ich dir morgen mal Kiefer-Suppe machen? Kampo. Öl, okay. Ein bisschen Schokolade. Schon wieder Toilettenpapier. Gibt es bei uns auch regelmäßig zum Mittag, oder? Sardinen. Das wird scharf. Was ist das? Schlein. Schlein. Natürlich Schlein. Natürlich. Warum auch nicht? Warum nicht ein bisschen Schleim auf den ekligen Burger? Auf den vergammelten. Der ist aber jetzt Tier. Drachen. Tier. Grüne Drachenlimo. Wie abgefahren Zauberlimo. Du esst es wieder. Ne, ich nicht. Da. 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 Ich hab grad schon. Du bist wieder. Du bist wieder gekommen. Dagegen ist ja so in alter Reifen fast lecker. Du bist wieder gekommen. Ich bin wieder gekommen, okay. Schon wieder die Wedges. Du bist. Du bist ein größer von einem Mädchen. Ja. Von oben nach unten, genau. Ei, 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 ei. Aber auch. Ei, ei, ei. Gut. Zack, 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 zack. Oh, du machst es ja hier in einer Appengeschwindigkeit. Komm, 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 komm. Hey. Gut, und jetzt. Viele Sachen. Neun Euro soll ich dafür bezahlen. Langsam, langsam, langsam. Eine Münze nach der anderen. So wird das nicht, wenn du da so schnell drauf rumdonnerst. Ich muss dir helfen. Ich auch. Und, zack. Und, zack. Jetzt lass es dir schmecken, mein Schatz. Lass es dir schmecken. Oh, wir haben auch einen Dürfchenchen. Lass es dir schmecken, Mama. Besonders auf den Burger freue ich mich. Schnell weg und... Mama schlankt. Warte, hier ist wieder Werbung. So. Und? Was ist das? Du kannst wieder. Yeah. Aber die machen sich nur einen ekligen Burger. Nee, mach diesmal mal was Leckeres. Okay. Übrigens, wenn ihr auf das Geschenk draufklicken würdet, dann müsstet ihr was kaufen. Oder könnte was kaufen. Hier ist ein Mond. Ein Mond. Ein Planet. Es gibt den Planeten. Schmeckt bestimmt lecker. Super lecker. Das ist mein Abendessen. Dein Abendessen, ein Planet? Okay. Ich bin ja ein bisschen älter. Und jetzt darf ich dir den belegen. Ich, 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 ich will auch mal. So. Wir machen einen alten Schuh drauf. Mh, Chippies? Okay. Was machen wir noch drauf? Ah, ein paar Zwiebeln. Aber wenn du die, wenn du, wenn du, wenn du die, ähm, die Pilze nehmen, das ist ganz komisch. Die sind ganz flach. Echt? Warte, die sind wahrscheinlich dann geschnitten. Wo sind die hier? Ja. Zack. Ach, wie lustig. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Und? Dein Abendessen. Dein Abendessen. Aber von mir gibt's Pommes. Oh, erstes Getränk. Okay, warte. Ein, komm, ein, komm. Äh, spinne, ich bin dran. Ich darf entscheiden. Puh, jahre. Nur Spinnensaft, ein bisschen Einhornsaft hier. Und was ist das, Cola? Nein. Erstmal, dass du Cola trinkst. Mh. Regenbogen. Yay. Gibt sogar bunt obendrauf. Cola macht Kindergleich. Ja, das stimmt. So, und guck mal. Jetzt kriegst du von mir hier die Geribbelten. Yay, ich liebe die Geribbelten. Aber ganz viel Salz. Ganz viel Salz. Hey. So, jetzt. Füßchen Salz. Da ist gar kein Salz zum Brauch geben. Wo denn? Wenn es der hilft, wird da ganz schnell Salz. Ah, okay. Und es brutzelt vor sich hin. Guck, Salz. Nee, das wird einfach nur braun, Eva. Von dem, von der Fritteuse. Das ist Salz. So, und tadaa. Dann lass es. Warte, warte, warte. Ich gebe den Preis ein. Ich gebe den Preis ein. Oh, nee. 13, 3, 9. 9 ist das teuerste. Dann 7 Euro. Nein, nein, nein. 7 Euro, bitte. Hier. Hier bin Salz. Du bist Salz. Du bist Salz. Du bist Salz. Du bist mir ja eine freche. So, hier. Zack, 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 zack. Du bist Salz. Zack, zack, zack. Tschi-ching. Du bist Salz. So, jetzt lass es dir munden. Ich habe wieder einen Bärmensieber. Jetzt habe ich einen Drilling. Ja. Hier, dring deinen. Oh, es bewegt mich. Ja, cool, ihr Lieben. Ich hoffe, wir können gleich noch spielen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, uns dabei zuzugucken, unmögliche Burger zu machen. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Torte. Abonniert unseren Kanal. Schaltet die Glocke ein. Ava, komm, sag auch mit Tschüss. Tschüss. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bei Ava und Pups Kanal. Ava und Pups Kanal. Du bist mir eine. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bei Ava und Pups Kanal. Du bist doch kein Pupsi. Hä, mein kleiner Mini-Pupsi? Du, er will Pupsi. Ah, saft. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.